Meine Sache ist, Sie sind nie enttäuscht, wenn Sie jetzt doch mal wieder zurückfallen sollen. Probe auf das einfach. Man kann auch nie die Krust aufkommen. Und wir vertrauen darauf, dass Sie mittlerweile die Füße setzen können. Und auch, dass Sie den Weg mittlerweile nicht kennen. Das vertrauen wir auch darauf. Sie ist total bemüht. Sie traut viel. Sie will es rausfinden. Sie traut sich nur noch nicht ganz. Sie sehen, sie ist auch eine Challenge. Sie ist nicht ohne, wie das nicht klappt. Oder wahr? Sehr gut. Sehr gut. Und Sie fängt an, das selber rauszufinden. Ich nehme jetzt mal die Nase von hier ein bisschen nach zur Wand hin, damit der Hintern nicht da so die Rampe runtergeht. Die Klinge ist ein bisschen grob, sie gab es nicht nach da, sie gab es nicht trotz nach da. Sie hat ein kleines Kuchen. Und dann saß sie wieder sich entspannt. Und dann saß sie wieder.